Sind die Immobilienportale ein Störfaktor für den Makler in Sachen Kosten? Und lohnt sich das? Und wenn ja, mit wem? Am Ende des Tages hat man die Wahl, okay, verzichtet man auf diesen Markt? Und ist halt kostenorientiert im Sinne von, ja, ich bin nicht bereit, das zu zahlen? Oder stellt man sich die Frage... Herzlich willkommen zur nächsten Immolution-Podcast-Folge. Und zwar heute mit dem Thema, sind die Immobilienportale ein Störfaktor für den Makler in Sachen Kosten? Und lohnt sich das? Und wenn ja, mit wem? Machen wir das überhaupt? Da wollen wir heute drüber reden, weil das ist immer wieder ein Thema in unseren Calls und generell auch in Gesprächen mit Maklern. Und was sagst denn du dazu? Da gibt es sehr viele Dinge dazu zu sagen. Erstmal muss man sich die Frage stellen, ist man ein kosten- und ausgabenorientierter Typ oder ist man ein umsatzorientierter Typ oder was kann einem die Sache bringen Typ? Es ist eigentlich das Gleiche, nur das ist eine andere Betrachtung. Ja, also sehe ich jetzt, wenn ich eine Ausgabe tätige, aber damit wäre halt meine Antwort zu dem Thema schon fast da. Ob das jetzt schlau ist? Ich spiele es mal zurück, weil ich glaube, wir kommen da früher oder später auch darauf zurück, zu diesem Thema. Macht das überhaupt Sinn, das Spiel der Portale mitzuspielen? Weil klar, in gewisser Maßen hat man ja auch irgendwie gar keine Wahl, weil das, nehmen wir jetzt Immo-Scout, halt einfach eine gewisse Monopolstellung vorhanden ist und die halt das Spiel spielen, wie die es spielen wollen. Und am Ende des Tages hat man die Wahl, okay, verzichtet man auf diesen Markt und ist halt kostenorientiert im Sinne von, ja, ich bin nicht bereit, das zu zahlen? Oder stellt man sich die Frage, was bringt mir das, wenn ich da platziert bin im Umkehrschluss? Sehe ich ganz genau. Was ist denn deine Meinung zu dem Thema? Also zuallererst mal muss man ja, muss man wieder eine Sache sehen. Die Portale haben ja ganz klar einfach die Printmedien, wie es Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo Immobilienscout gestartet ist, abgelöst. Das ist ein Fakt. Und auch Fakt ist, dass ich für die gleiche Anzahl von Anfragen, und wir reden ja von Objektwerbung im ersten Schritt, also nicht generelles Marketing, sondern Objektwerbung. Trotz alledem zahle ich natürlich mit Online-Präsenz auch auf meine Marke ein. Ist ja logisch. Also ein Faktor ist Einzahlen auf meine Brand. Und auf je mehr Portalen ich unterwegs bin und sichtbar bin, umso besser. Das ist aber ein, sagen wir mal, Seitennutzen. Ja, aber das ist ein, für mich ist das ein ganz wichtiger Nutzen aus meiner Brille betrachtet. Weil schau mal, wenn ich jetzt hingehe, und nehmen wir mal Immobelt jetzt als Beispiel, wo Leute sagen, ja, ich habe auch Immoscout, und Immobelt kündige ich jetzt, weil beide sehe ich den Nutzen nicht. Und ich dann aber mal hinterfrage, okay, wie viele Anfragen kriegst du denn im Jahr über Immobelt? Sagen wir mal, du verkaufst 10 Immobilien im Jahr, was nicht viel ist, aber mal angenommen, das wäre so, und du kriegst pro Immobilie über Immobelt 10 Anfragen. Dann sind das im Jahr 100 Anfragen, die über diese Plattform kommen. So, mal angenommen, du wärst jetzt intelligent genug und hättest ein Exposé digital bei der Anfrage, was einen sofort erkennbaren Unterschied zu allen anderen Maklern erzeugt. Und damit meine ich jetzt nicht irgendein Automatismus mit Landingpage über PropStack, sondern wirklich dein eigenes Branding, was sich komplett unterscheidet. Dann sind das 100 Leute, die den Unterschied zwischen dir und einem anderen Makler sehen. Frage, ist das jetzt als Marketingbrille sinnvoll, ja oder nein? Ja, also natürlich ist es sinnvoll, alles zu haben. Ja, richtig. Also auch zu machen, ne? Genau, also warum denn ein Entweder-Oder-Gedanken, wenn man doch den Gedanken nutzen kann, okay, wenn ich alles mache, dann habe ich auch das größte Marketingpotenzial dahinter. Absolut. Und hier ist noch ein weiterer Punkt, denn das Ding ist ja, selbst wenn es gar keine Anfrage wäre, keine einzige. Alleine die Tatsache, dass ich bei einem Verkäufer sitze und sage, wir werben für ihre Immobilie auf allen Portalen. Macht das der Kollege auch? Macht das der andere auch? Macht das die Konkurrenz, der Wettbewerb auch? Das kann ich ja analysieren. Also das Ding ist, du hast zum Eingang das richtig gesagt. Die meisten oder sehr viele Makler sind sehr kostenorientiert und eben nicht umsatzorientiert. So, um eine Immobilie optimal zu bewerben, muss ich ja viel Outflow machen. Und zwar nicht jetzt sagen, ich hoffe darauf, dass über ein Portal genug Anfragen reinkommt, sondern alle. Und auch der Gedanke von verschiedenen Maklern, die sagen, wie kann ich denn die Portale aus dem Spiel nehmen? Zum Beispiel über Social Media Marketing. Ist der falsche. Weil hier begrenze ich den Outflow und die Kanäle, die ich bespiele. Ich begrenze mich ja. Ich will mich aber hier nicht begrenzen, es sei denn, ich will mein Business begrenzen. Das ist, weil die Leute halt von zwölf bis Mittag denken. Das heißt, sie denken einfach mit dem Ansatz, ich will dieses eine Objekt jetzt verkaufen. Und nicht, ich brauche in Zukunft auch noch Aufträge. Das heißt, ich meine, du brauchst nicht nur heute noch Aufträge und du musst nicht nur dieses eine Objekt verkaufen, sondern du brauchst in einem Jahr ja auch Aufträge. Ja, genau. Wie sollen die denn zustande kommen, wenn du nichts machst, was irgendwie deine Brand erweitert oder was dir Sichtbarkeit verschafft? Genau, also das heißt, im Endeffekt muss erstmal eine Sache verstanden werden. Objektwerbung ist dazu da, um Immobilien zu vermarkten. Das tue ich, indem ich maximal ein Objekt verbreite in der Öffentlichkeit, also sichtbar mache, Reichweite erzeuge. Also je mehr, je besser. Und Outflow ist wichtiger als Inflow. Punkt. Und es ist übrigens erwiesen, erwiesen, dass nachher gar nicht, selbst wenn die Anfrage über Immobilienscout kommt, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Person auch bei Immobilienscout dich gefunden hat. Aber es kann ja auch genauso gut sein, dass der irgendwo irgendwas anderes wahrgenommen hat und ist dann gedanklich über Immobilienscout gegangen und hat geguckt, ob finde ich die da. Oder über Immowelt oder Ebay. Oder er geht zu Ebay, sieht das und sagt, ah ja, Ebay ist eigentlich nicht so geil. Ich gucke nochmal bei Immobilienscout, ob ich die da auch finde. Also wir müssen nicht ergründen, wie sind die Wege der Leute, die können so durcheinander sein, so ganz unterschiedlich sein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich muss alle, das ist meine Verpflichtung, das ist meine Verantwortung, so viele Kanäle wie möglich für die Vermarktung, für den Verkauf aufzubauen. Erste Verantwortung. Zweite Verantwortung ist, wie wir gerade schon besprochen haben, ich muss dafür sorgen, dass meine Marke durch, in dem Fall meine Objekte, maximal sichtbar wird. Und wie soll das denn besser funktionieren, als auf den Plattformen, wo Menschen hingehen, die Immobilien kaufen, vermieten, mieten oder verwerben. verkaufen wollen. Also das heißt, auch der Verkäufer guckt ja eher auf die Portale, als in Facebook zum Beispiel, also Meta, jetzt in eine Werbebibliothek zu gehen und zu gucken, ob da irgendeiner nach Immobilien oder für Immobilien wirbt oder geschweige denn, irgendwo in Facebook oder auf Meta oder Instagram nach Immobilien sucht. Das ist ja eher zufällig. Also das heißt, ich gucke und scrolle und sage, ach, guck mal, das ist aber geil. Also verstehst du, und selbst wenn ich jetzt, warte, und selbst wenn ich jetzt hingehe, wie das ja auch die ein oder anderen tun und sagen, ja, ich habe das geschafft, über Meta Objekte so zielgerichtet zu vermarkten, dass ich gar kein Portal mehr brauche, sage ich, wow, du bist ein echter Haifisch, du bist richtig gut. Ja, verstehst du, weil das ist wieder kostenoptimiert versuchen zu arbeiten und was, was mich triggert, weil triggert tut die Leute ja eigentlich die Kostenpolitik von Immobilienscout und den anderen Portalen. Das ist aber doch der falsche Ratgeber. Da kommen wir jetzt ja gleich zu, zu den Kennzahlen. Dieser Trigger ist eben nicht datenbasiert, sondern der ist emotional, der ist emotionsbasiert und das ist doch der falsche Ratgeber. Ich versuche nichts wegzuschalten, sondern genau zu berechnen, was ist schlau, also was ist vernünftig und was nicht. Okay, so, das ist eigentlich mal die wichtigste Antwort des Ganzen. So, und Also ich, vielleicht wenn ich dazu auch nochmal eine zusätzliche Beobachtung, die jetzt ein bisschen, also die zwar in demselben Thema ist, aber jetzt nochmal eine andere Facette und zwar, ich beobachte halt, dass vor allem, natürlich nicht pauschal immer, aber oft, dass diese Schlussfolgerungen von Leuten getroffen werden, die halt Probleme haben, nicht so viel Umsatz machen, nicht so viele Immobilien verkaufen, dass die dann halt gucken, wo kann ich jetzt sparen, sozusagen, oder wo kann ich jetzt Kosten einsparen, damit ich irgendwie mir noch mehr Zeit verschaffe, über die Runden zu kommen, falls kein neues Objekt reinkommt. Und das ist ja auch erstmal, also, der Mensch handelt ja fast immer instinktiv gegen das, was er eigentlich tun sollte. also eigentlich in den Phasen, wo es schlecht läuft, soll ja investiert werden. Stimmt. Und in den Phasen, wo es gut läuft, soll man gucken, dass man das Geld zusammenhält für die Zukunft. Richtig. Ist richtig. Absolut. Also das ist sowas von maximal emotional, so eine Entscheidung zu treffen und es hat wirklich nichts, wie du gerade gesagt hast, nichts mit Fakten, Daten und Zahlen zu tun. Man muss natürlich jetzt auch eine Sache sagen, natürlich ist so ein bisschen die, sagen wir mal, Preispolitik oder, sagen wir mal, die Durchsetzung oder Umsetzung der Preispolitik, der Portale, sagen wir mal, das kann schon den einen oder anderen triggern, das kann ich auch irgendwo schon verstehen. dass die, also ich kann beide Seiten verstehen. Einerseits muss das Portal ja immer wieder auch Umsätze steigern, um sozusagen einen guten, guten Leverage zu haben. Auf der anderen Seite, muss man aber auch sagen, kann ich die Makler verstehen, dass die natürlich auch nicht immer wieder mehr, mehr, mehr und so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass sie gemelkt werden oder gemolken werden. Abgezockt, ja. Das kann ich schon verstehen. Ich kann also beide Seiten, da habe ich, Ja, safe, zu 100 Prozent. So, warte, aber. Was halt das auch den Trigger auslöst, dass einfach das Ding ist, dass die Makler das Gefühl bekommen, weil es auch nicht gut erklärt wird, dass es ja meistens auch am Anfang erstmal so Lockangebote sind, fürs erste Jahr und so weiter. Und dann denken sie, das ist halt in Stein gemeißelt für immer und nach einem Jahr hat man schnell bestimmte Dinge, die besprochen waren, vergessen. So, aber auch hier gibt es ja eine Handhabung, bestimmte Handhabungen, um diese Kosten, sagen wir mal, dauerhaft in Grenzen zu halten und zu balancieren. Man kann kündigen zum Ablauf, kann dann wieder neu verhandeln. Also es gibt gewisse Vorgehensweisen, um das hinzukriegen. Viel wichtiger, finde ich aber, dabei ist auch zu verstehen, dass es gibt ja kein Absolutum richtig oder Absolutum falsch. Das Ganze hat ja auch Stufen. Also Stufen mehr richtig und mehr falsch. Heißt folgendes. Wenn ich also jetzt Starter bin als Makler und ich fange jetzt an, Immobilien zu verkaufen, Quereinsteiger oder junger Makler, da machen die meisten halt schon den Fehler. Das heißt, die Angebote sind sehr, sehr günstig. Das heißt, sie holen sich mehr Portale, um dann hinterher festzustellen, oh, das wird aber jetzt ganz schön teuer. Fang doch mal umgekehrt an. Fang mal mit einem Portal an, dann das zweite, dann das dritte. Also das aufzubauen, anstatt am Anfang zu glauben, du musst alles haben. Und dann kommt auch sehr schnell der Punkt, dass man glaubt, man muss was zurückdrehen. Also weniger machen. Das ist halt nicht so smart. Das ist wie genau, ich muss direkt das Top-Büro haben. Das Beste vom Besten. Fang da erst mal, beweg dich doch erst mal dahin. Und so ist es bei der Vermarktung auch. Auch beim Marketing, beweg dich doch erst mal in die Richtung von ideal, optimal, super cool, toll und so weiter. Ja, so. Aber jetzt kommen wir zu den Zahlen. Lass uns mal über die Zahlen sprechen, weil die Zahlen sind so entscheidend. Und die Frage ist doch, wie viele Anfragen, bleiben wir nur mal bei Immobilienscout, wenn du jetzt eine Immobilie verkaufst und rechnest das jetzt mal über, sagen wir mal sechs, erste Halbjahr nur, 2024, sechs Monate. Was kostet dich das Portal? Ihr könnt es draußen rechnen. Was kostet mich das Portal pro Monat? So, wenn ich natürlich nicht genug Objekte habe, laufen die Kosten natürlich weiter. Also das wird natürlich nur spannend, die Berechnung, wenn ich auch wirklich die Platzierungen, die Anzahl ausschöpfe und wirklich cool Zeug reinbringe. Heißt also, mache ich eine Immobilie, habe ich vielleicht nur 30 Anfragen, habe ich aber zehn, habe ich halt eben 300 oder vielleicht 500 Anfragen für das gleiche Geld. Ein kleiner Unterschied. Darf man nicht vergessen. Das heißt, ich habe einen himmelweiten Unterschied und wie man es für das gleiche Geld kriegt, hat ja was mit den Angeboten, auch der Portal, da können wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Also das heißt, ich habe jetzt mal zehn Objekte, habe pro Objekt, sagen wir mal 30 Anfragen, sind 300 Anfragen, mal zwölf sind 3600. Und ich habe vielleicht für das, sagen wir mal, ich nehme jetzt nur mal eine Zahl, 300 Euro im Monat, mal 3600, teile das durch die Anzahl der Anfragen, dann weiß ich schon mal, was mich ein Interessent, ein Anfrager ist ja ein Interessent, ein Interessent kostet. Warum ist eine Großzahl an Interessenten wichtig? Weil viele Kaufinteressenten ist immer eine bestimmte Anzahl an Verkäufern auch dabei. Und die will ich generieren, maximal. Viele davon. Ich brauche viele Interessenten pro Immobilie über alle Objekte. Dann einfache Kennzahl, wie viele Anfragen brauche ich für einen Verkauf. Damit kann ich einfach berechnen, was kostet mich ein Kunde? Nämlich Gesamtkosten auf alle Portale kann ich das rechnen, geteilt durch die Anzahl der Kunden beziehungsweise Verkäufe pro Jahr. Also weiß ich, was kostet mich ein Verkauf? So, und natürlich ist das günstiger, wenn ich jetzt nur ein Portal habe. Die Frage ist, hätte ich dann denn genauso viele Objekte verkauft? Und da kann ich dir sagen, nein, wahrscheinlich nein. Warum? Weil du brauchst immer mindestens drei Sachen, die du parallel tust, damit es richtig knallt, damit es richtig bimmelt. Also, ne? Heißt, die Breite. Quantität ist wichtiger als Qualität. Qualität meint jetzt hier, von 90 auf 95 oder auf 100 Prozent zu kommen, ist ein kleinerer Hebel als von 100 Anfragen auf 500. Das ist ein ganz anderer Hebel. Ja, in dem Fall jetzt, ja. Genau, indem ich also die, wie sagt man? Generell gibt es natürlich auch sehr wichtige Qualitätskennzahlen, logischerweise. Aber wir machen es ja eh nicht kacke. Wir machen es ja eh schon cool. Ja. Aber wenn es cooler als cool ist, ist es halt schwerer, als die Anzahl hochzufahren. Ja. Weißt du? Um mehr Power auf die Kette zu bringen. Ja. Mehr PS reinzuhauen. Ja, so. Das ist so ungefähr wie Chip-Tuning. Ja, Chip-Tuning bringt halt viel. Ich glaube, dieses Chip-Tuning, wenn ich da up-to-date bin, ist gar nicht mehr so neu. Nee, ist das definitiv. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber du weißt, was ich meine. Also du musst halt gucken, was hat halt die größere Wirkung. Und wenn du versuchst, an Qualität zu schrauben, wenn du eh schon einen ganz ordentlich einen guten Job machst, ist halt... Ja. Verstehst du? Ja, 100%. So. Außer, und das ist leider viel zu treffen bei vielen da draußen, sie denken, also Eigenwahrnehmung, Frank-Wahrnehmung, aber da können wir jetzt auch wieder ein Riesenthema Fass aufmachen, sie denken, sie machen es geil, geile Qualität, machen es aber nicht. Wenn man natürlich da jetzt in der Situation ist, dass die Qualität sehr viel Potenzial nach oben hat, ist das natürlich im ersten Movement auch ein super Hebel. Absolut. Aber vom Prinzip, du hast 100% recht, in dem Fall ist die Quantität sehr entscheidend. Also, das unterschreibe ich genauso. Wie gesagt, was ich jetzt einfach meine ist, weißt du, wenn jetzt jemand nicht besonders talentiert ist, sagen wir mal, in Gesprächsführung, dann ist sein erster bester Hebel immer die Quantität, also die Schlagzahl zu erhöhen, mehr zu machen. Weil dadurch kommt er mehr in Übungen, kriegt mehr Gespräche, lernt auch mehr dabei. Und natürlich ist die Qualität super wichtig, weil wenn er überhaupt keinen Gesprächsleitfaden hat, wenn er überhaupt kein Training hat und überhaupt nicht weiß, wie das eigentlich geht, dann ist man per se kacke. Also man sollte ja schon so einigermaßen wissen, was man da tut, aber ist leider Gottes halt da deutlich ja draußen auch so ein Thema. Aber ich glaube, es ist trotzdem das Konzept so von, was bedeutet jetzt Quantität? Das ist halt ein Unterschied, ob ich, sagen wir mal zum Beispiel, 100.000 Flyer verteile, ja, wir wollen jetzt keine Flyer-Verteilungsdiskussion aufkommen lassen oder nur 10.000. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass unter 100.000 einer verkauft, ist deutlich höher als unter 10.000. Ja. Kostet zwar auch mehr Geld, aber wenn ich... Weißt du, am Ende ist halt, am Ende ist ja, ohne da jetzt abzuschweifen, am Ende lass uns doch sicherstellen, an die Leute, die jetzt zuschauen, dass wir einfach beides haben. Dass, wenn wir jetzt bei diesem Flyer-Beispiel sind, dass wir sowohl wissen, was muss auf dem Flyer draufstehen, welche Botschaften funktionieren, welche funktionieren nicht. Der Inhalt plus die Quantität mal 100.000, dann habe ich doch den Jackpot geknackt. Absolut. Genauso bei den Portalen auch. Genau. Und das ist halt einfach das Ding. Also ich kann halt wieder nur die Empfehlung geben, trennt emotionale Sichtweise immer von rationaler, je vernünftiger, umso besser. Ja. Und wenn man hier wieder mehr richtig als mehr falsch, dann ist halt Vernunft mehr richtig als falsch. Ja. Und emotional ist mehr falsch als richtig. Ja. 100 Prozent. Man kann kein Business maximal erfolgreich aufbauen und gesteuert auf Emotionen. Das funktioniert nicht. Macht überhaupt nicht. Natürlich sind auch mal Emotionen im Spiel, aber die Stärke eines Unternehmers besteht ja auch genau darin, wie beim Eigelb vom Eiweiß trennen, ja die Emotionen von den Faktenpunkten, von den wirklich entscheidenden Eckpfeilern, weil Zahlen sagen am Ende immer die Wahrheit. Und auch vielleicht last but not least, ist du wirst am Ende des Tages nicht darum rumkommen, sehr viele Kanäle Schritt für Schritt immer mehr zu bespielen, um einfach die Treffsicherheit deines Erfolges zu erhöhen. Ja. Und das ist ja das, was wir wollen. Das ist ja auch mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Klar, das wollen wir ganz einfach. Und ich denke, damit haben wir mal so einen ganz guten Überblick. Also Portale pauschal zu verurteilen, macht keinen Sinn. Die individuellen Vorgehensweisen und Preispolitik können wir ja natürlich immer diskutieren, kann man auch in Frage stellen, aber da hat es auch was mit der eigenen, das sage ich auch nochmal ganz klar, mit der eigenen Verantwortung zu tun, wie ich mich als Geschäftsfrau oder als Geschäftsmann bewege. Ich kann mich von jedem Scheißdreck triggern lassen oder aber ich lerne einfach mal ordentlich zu verhandeln, Dinge schriftlich zu vereinbaren und festzuhalten und vor allen Dingen Dinge sachlich und datenbasiert zu betrachten. Und genau das ist jetzt gerade, habe ich die Nachricht auf mein Handy bekommen, wir haben wieder einen weiteren Neukunden, der sich gerade dazu entschieden hat, genau das zu lernen. Ja genau, das ist doch super cool. Perfekt. Und wir halten auch keinen davon ab, dass ihm oder dieser Person leicht zu tun. Das ist eine sehr intelligente Entscheidung und ich gehe mal davon aus, ihr seid ja auch alles intelligente Menschen, die jetzt bei uns hier uns, keine Ahnung, 20 Minuten zuhören. Und witzig, witzig, auch hier ist ja das Ding, wenn man diese Linie, so diese Linie mehr, also hier auf der linken Seite wäre mehr falsch und rechts wäre mehr richtig. So von 0 bis plus 10 und von 0 bis minus 10. Und da muss man ja bei sich die Frage stellen, was ist denn mehr richtig? Ist es mehr richtig, sich zu informieren? Ist es mehr richtig, Daten zu sammeln? Ist es mehr richtig, kompetenter zu werden? Ich führe das sogar weiter. Es ist das gleiche Thema vom Anfang. Alle Leute, die jetzt zuschauen, unseren Podcast zuhören, die noch nicht oder die sagen, ich würde gerne mehr machen und mehr haben, als ich aktuell habe und noch nicht Kunde bei uns sind, sind alles Leute, die mehr kostenorientiert anstatt umsatzorientiert sind. Sie denken eher darüber nach, warum sollten sie es nicht tun, als warum sie es tun sollten und was es ihnen bringen kann, welche Türen es eröffnen kann. Klar. Also alleine die Grundlagen, grundlegenden Dinge, die wir unseren Kunden beibringen, wie jetzt zum Beispiel, die ist mehr richtig und mehr falsch. Alleine das ist ja schon ein Game Changer. Alleine das kriegst du so in dieser Art und Weise auch in keinem anderen Coaching beigebracht. Und das bringt ja schon wieder Money in deinen ganzen Entscheidungen, die du überhaupt so triffst. Das ist ja schon, muss man jetzt mal sagen, ist schon eine krasse Sache. Also es ist schon sehr, sehr krass, wenn auch die Leute, ich sage mal, in den ersten Calls so viele Erkenntnisse haben für ihr direkt umsetzbares Business. Also wir, also im Endeffekt kann man ja wirklich offen sagen, jetzt ein bisschen, ja gar keine Eigenwerbung, sondern einfach Tatsache ist, wir bringen Geld. Also wir bringen den Leuten Geld, nicht nur Umsatz, sondern auch, wie sie mit ihrem ganzen Business smarter und schlauer umgehen. Und warum ist das so? Weil wir halt das Business wirklich kennen. Ja. Ja, und wir sind keine Theoretiker und wir haben nicht einfach die Idee mal so erworben, dass das schlau ist, die Makler, den Maklern irgendwie was vom Pferd zu erzählen, sondern wir haben das ja selber gelebt und wir leben das ja heute auch noch. Also mal abgesehen davon, wir sind schon im Business voll, wirklich voll drin und wir sind ja selber sogar erstaunt. Wir haben ja auch unsere Monaten, unsere monatlichen, Reportings auch von unseren Kunden, was da wirklich bewirkt wird und was da passiert, das ist schon uncredible. Das ist schon sehr, sehr gut. Incredible. Passiert vieles. Genau. In dem Sinne. Uncredible? Uncredible. Ja, okay, gut. Also ich korrigiere natürlich. Incredible. Vom Allerfeinsten, genau. In diesem Sinne. Peace. Adi Vida Cibi. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. So. Ich bin ja. Ich bin ja. Vielen Dank.